Moin, grüßt euch und herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung bzw. Map-Vorstellung. Die Björn Holm aus dem Ende des 15 ist jetzt im 22er Jahr. So. Schauen wir mal. Oh, wir haben Kichererbsen, Linsen und Knoblauch als Zusatzfrüchte. Sehr schön. Aber was haben wir hier für Stunden drauf gekloppt in den Pfuchzländern? Das ist Wahnsinn. Dann kommen wieder alte Erinnerungen hoch. Da unten ist der Hafen, genau. Versandunternehmen, Sägewerk, Tankstelle, Schafweide, Schafstall Groß, Wasserquille, Transportunternehmen. Genau, der Transportunternehmen. Das muss ja der Hof sein, ne? Nee, Betriebszentrum. Da ist nochmal eine Tankstelle, Bierwasserheizwerk, Fahrzeughändler. Windmühle, großes Gewächshaus, Gewächshaus, Saatgut-Ladestation, Achterbauhaus wie Gärtnerei, glaube ich. Viehmarkt, Stoffbrülle, hier ist der Hof, genau. Dickert, großes Lilo, Wasserquelle, Hühner, genau. Das Farmhaus. Da haben wir das Getreihenspeicher, Viehmarkt. Da haben wir nochmal eine Tankstelle. Bahnhof, da haben wir nochmal eine Tankstelle. Da müssen die BGA hier unten sein. Wasserquille. So, dann gucken wir uns mal die BGA an. Jawohl. Ich glaube, die Mittelgroße ist das. Da können wir schon ordentlich was reinklappen hier. Auf die Tankstelle. Da könnte man, glaube ich, hier zum Hofhof fahren, ne? Da ist er, genau. Ja, das Gebäude kennen wir noch. Okay, die kann man nicht verkaufen. Das ist natürlich schade. Der Goldnuss auch, ne? Ja. So, jetzt wollte ich nochmal gucken. Landschaftbau, Wahlen. Okay, hier sind die Standardtexturen drin. Die Bäume sind reichlich drin. Können wir Bäume setzen? Bäume können wir setzen, okay. Ja. Da sind die Hühner, genau. So, dann gucken wir mal hier hinten rüber. Dann hat er das hingepackt, okay. Und da kann man noch hier hinten runter zum Transporten an den Mais. noch so zu erinnern. Oder man muss sich woanders einen Hof bauen. Genau, das ist die Verkaufsstelle. Ich glaube, da waren noch die Goldtaler, die man hier suchen musste, hm? Ich glaube, da waren noch die Goldtaler, die man hier suchen musste, hm? Ja, das ist ja. Schockt, genau. Stimmt, hier ist der Hoch hoch. So, 41 Felder haben wir hier. Da sieht es, genau, das Wegewerk. Wir gucken uns an der Bahn auch rein. Das ist auch immer mehr für Kostadärer. Dann hatten wir ja noch den Schafstall groß, der war hier oben. Da. Die Tiere brauchen Wasser, wie es aussieht. Okay. Guck mal, Herr Mais. Gönnt das uns? Nö. Okay, gehört nicht uns, aber wir können es machen. So, jetzt haben wir ein Schaf gekauft und wir brauchen Wasser. Die brauchen nur Gras, 100 Prozent. Okay. Kühe gibt es hier, Hühnauer, Schafe. Okay, mehr gibt es nicht. Mehr ist nicht da. Da ist da hinten noch was, da habe ich ein Gebäude gesehen, das kann man nur Deko sein. Da ist eine Wasserstelle, sieht irgendwie aus wie ein Kuhstall da hinten. Ne, ist nur eine Halle. Also schlicht nur eine Halle. Da hinten war noch eine Leuchtung. Das ist ein Kuhstall, da komme ich nicht, da komme ich nicht durch. Jetzt kann ich durch. Da ist noch irgendwas. Ich glaube, ich brauche noch einen Update. Aber das wäre ja nichts Neues. Okay, da kann man nicht rein. Ich meine, 15 Jahre konnte man noch hochgehen. Da, Goldtaler, tatsächlich. Die sind noch da. Ja, okay. Ich würde sagen, das war's. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Viel Spaß mit der Karte. Schönen Abend noch. Bleib gesund und tschüss, bis zum nächsten Mal.